Graf Djula Andrasi. Mit Gnadegungen werden die aller Schwäche aussehen. Was muss ich tun, damit ich schwanger werde? Möchte ich, dass Sie jemanden trefft? Einen Mann, der sehr viel Blutvergissen verhindern kann. Einen Anführer der ungarischen Rebellen. Jemand hat mir geholfen und jetzt bin ich hier. Jemand? Ja, jemand. Heute ist der 30. Richtig? Herzlichen Glückwunsch. Eure Majestät ist in freudiger Erwartung. Djula Andrasi. Ich glaube, unsere beiden Völker haben nur in der Zukunft, wenn sie ihren Weg zusammengehen. Es gibt einen Sohn normal. Diese Menschen glauben, dass der Kaiser hat sie betrogen. Und einen tronfolger gibt.